Fortschritt in der Zucht ist die wichtigste Grundlage einer erfolgreichen Schweinefleischerzeugung. Der Schweinezuchtverband Oberösterreich beliefert täglich Dutzende Zuchtbetriebe. Wir haben in den letzten Jahren massive züchterische Fortschritte erzielt. Die Stressempfindlichkeit unserer Schweine konnte eliminiert werden. Das Schrumpfschnitzel gehört der Vergangenheit an und sie haben beste Fleischqualität auf ihren Tellern. Zuchtarbeit findet in Oberösterreich großteils auf Familienbetrieben statt. Im Auftrag der nächsten Generation. Diesen Servicetipp widmet Ihnen Arma Gütesiegel.